Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zu einem weiteren Beitrag des YouTube-Kanals Kieler Akademie für Thanatologie. Mit diesem Video möchte ich Ihnen eine Übersicht geben. Eine Übersicht über jene einzelnen Themen, die wir zur Sprache bringen, wenn wir im Rahmen der Thanatologie das Themenfeld Jesus und das frühe Christentum betrachten. Dazu möchte ich Ihnen zunächst nochmals eine Folie zeigen, die Sie bereits im vorhergehenden Video gesehen haben. Und zwar in dem Themenfeld Jesus und das frühe Christentum werden diejenigen Themen betrachtet, die in der Antike für die Entwicklung des frühen Christentums von zentraler Bedeutung waren und die in der Gegenwart für das Verständnis des Phänomens Tod im Generellen und für das Verständnis von Nahtoderfahrungen und Verwandtenphänomenen im Speziellen von Relevanz sind, sei es direkt oder indirekt. Ebenso möchte ich nochmals daran erinnern, warum ich zwei Textbereiche kursiv gesetzt und mit roter Farbe hervorgehoben habe, nämlich in der Antike und in der Gegenwart. Mir geht es darum, dass wir nicht nur betrachten, wie die Gestalt und Botschaft Jesu in der Antike gedeutet wurde. Wir fragen vielmehr auch, welche Deutungen wir heute von Neuem diskutieren können. Und eines kann ich Ihnen jetzt bereits versprechen. Auch wenn diese Beschreibung zunächst etwas trocken klingen mag, so sind die Themen, die wir betrachten werden, alles andere als langweilig. Stattdessen verspreche ich Ihnen. Diese Themen sind sehr interessant und sehr spannend. Um dies bereits andeuten zu können, möchte ich Ihnen in diesem zweiten Teil der Einleitung zunächst eine Übersicht über die einzelnen Themen geben. Zu jedem einzelnen Thema werden Sie später eine eigene Einführung erhalten. Es handelt sich zunächst um zehn Themen. Weitere Themen werde ich eventuell später ergänzen. Bevor ich gleich diese zehn Themen benenne, möchte ich Ihnen zunächst eine weitere Vorinformation geben. Und zwar bei sechs Themen ist der Bezug zwischen dem Themenfeld Jesus und das frühe Christentum und der wissenschaftlichen Erforschung des Phänomens Tod im Generellen, also Tanatologie, beziehungsweise der wissenschaftlichen Erforschung von Nahtoderfahrungen und Verwandtenphänomenen direkt erkennbar, und zwar bei den Themen drei bis acht. Bei vier Themen ist der Bezug jedoch erst indirekt erkennbar, und zwar bei den Themen 1 und 2 und 9 und 10. Und ich würde so gerne Ihre Reaktion sehen können, wenn Sie jene Themen zum ersten Mal hören, die nicht unmittelbar in ihrer Bedeutung erkennbar sind. Aber das ist mir leider nicht verkönnt, diese Reaktion sehen zu können. Vor diesem Hintergrund können wir nun mit jener Übersicht beginnen. Das erste Thema möchte ich in der Gestalt einer Frage umschreiben. Diese Frage lautet entwickelt sich das Universum nach einem perfekten Plan? In diesem Rahmen werden wir nämlich eine These diskutieren, die im Rahmen eines YouTube-Videos zu Nahtoderfahrungen aufgestellt wird. Wenn Ihnen jetzt bereits um welches Video es sich handelt. Es trägt den Titel The Light, We are the Lightbringers, Near-Death Experiences. Geben Sie diesen Titel ganz einfach bei YouTube ein und Sie werden das Video finden. Und dazu kann ich Ihnen auch noch einen persönlichen Hinweis mit auf den Weg geben. Für mich persönlich ist dies eines der schönsten Videos zu Nahtoderfahrungen überhaupt. Das Thema Nummer zwei lautet Vorstellungen von einem Lebensplan und von Lebensaufgaben in Nahtoderfahrungen und ihre Analogien im frühen Christentum und seiner Umwelt. Dieses Thema werden wir wiederum in Beziehung setzen zu einer Frage. Und zwar eine Frage, die für mich persönlich in das Zentrum der Diskussionen zu Nahtoderfahrungen gehört. Es geht um eine These, die von vielen Menschen infolge von Nahtoderfahrungen vertreten wird. Ich möchte dieselbe wiederum in der Gestalt einer Frage formulieren. Wenn wir, wie viele Menschen infolge einer Nahtoderfahrung sagen, dort zu Hause sind, warum sind wir denn eigentlich hier? Wie bereits gesagt, bei den beiden ersten Themen halte ich es für möglich, dass sie verwundert waren, warum dieselben im Themenfeld Jesus und das frühe Christentum begegnen. Bei den nun folgenden Themen drei bis acht wird ihnen die Bedeutung jedoch sofort einsichtig sein. Im Gegensatz zu den beiden ersten Themen ist das Thema Nummer drei in zwei unterschiedliche Varianten untergliedert. Die erste Variante lautet Vorstellungen von Schutzengeln, Seelenbegleitern und himmelartigen Dimensionen in positiven Nahtoderfahrungen und im frühen Christentum und seiner Umwelt. Zweite Variante lautet Vorstellungen von Dämonen, Teufeln und Höllenartigen Dimensionen in negativen Nahtoderfahrungen und im frühen Christentum und seiner Umwelt. Wir kommen zu Thema Nummer vier. Es lautet das hasettenreiche Spektrum von Zukunftserwartungen im frühen Christentum. Solche Zukunftserwartungen werden im Rahmen der Theologie mit dem Begriff Eschatologie bezeichnet. Eine ganz spezielle Zukunftserwartung widmet sich wiederum Thema Nummer fünf. Es lautet die Erfahrung einer Alleinheit in Nahtoderfahrungen und Hoffnungen auf eine Allversöhnung im frühen Christentum. Eine Verhältnisbestimmung. Das Thema Nummer sechs trägt den Titel für christliche Vorstellungen von Gott und Gottesbilder im Rahmen von Nahtoderfahrungen. Das siebte Thema wird wiederum in zwei unterschiedlichen Varianten zur Sprache gebracht. Die erste Variante lautet das Verhältnis der ethischen Dimension der Botschaft Jesu und der, wenn ich es so umschreiben darf, ethischen Botschaft von Nahtoderfahrungen. Die zweite Variante lautet die Wahrnehmung der Gestalt und Botschaft Jesu in Nahtoderfahrungen. Thema Nummer acht trägt den Titel Das facettenreiche Spektrum frühchristlicher Verständnisse von Tod und Auferstehung und von unterschiedlichen Arten von Körpern. So, nun kommen wir zu den Themen neun und zehn. Und hier bin ich mir wiederum sehr sicher, Sie werden ziemlich überrascht sein, dass diese Themen in diesem Rahmen angesprochen werden. Thema Nummer neun lautet die Heilungen und der Heilungsauftrag Jesu. Und noch mehr überraschen wird Sie wohl das Thema Nummer zehn, denn es lautet die Entstehung und Entwicklung des Glaubens an die Gottheit Jesu. Und haben Sie also eine Übersicht über die Themen, die wir im Themenfeld Jesus und das frühe Christentum betrachten werden. Und wie ich bereits gesagt habe, Sie werden zu jedem Thema eine eigene Einleitung bekommen. Bevor wir dazu kommen, muss ich Ihnen jedoch noch drei weitere Vorinformationen geben. Und das ist Folgendes. Im dritten Teil der Einleitung werde ich zunächst meinen wissenschaftlichen Ausgangspunkt erläutern. Ebenso werde ich Ihnen im vierten Teil der Einleitung darlegen, von welchen religiösen beziehungsweise kirchlichen Ausgangspunkten ich mich den Themen nähern werde. Und ganz wichtig ist für Sie auch der fünfte Teil der Einleitung. Denn dort werde ich Ihnen erläutern, wie Sie sich Materialblätter besorgen können. Wir werden nämlich viele Zeugnisse des frühen Christentums betrachten, die für Sie nicht unmittelbar zugänglich sind. Und damit Sie die Möglichkeit haben, jene Texte selbst lesen zu können, werde ich Ihnen erläutern, wo Sie die Materialien herunterladen können. Und zwar selbstverständlich kostenfrei. Und ebenso werden Sie im fünften Teil der Einleitung erfahren, wie Sie an Diskussionen zu diesen Themen teilnehmen können. In dieser Hinsicht lade ich Sie nun ein zum dritten Teil der Einleitung und sage Danke für heute und auf Wiedersehen.